So Freunde, welcome back to Dubai. Ich bin ja eigentlich gerade voll zugange mit meiner Haussanierung, Freunde. Deswegen hat mich das fast schon ein bisschen gestresst, dass der Eintrag Dubai Tritt 2023 auf dem Kalender immer näher kam. Aber ich muss sagen, so ein paar Tage Erholungen sind auch mal nicht so schlecht. Das Ganze war eh schon lange gebucht und bezahlt. Und ich lasse mich natürlich auch nicht lumpen und werde für euch mal nachschauen, ob man hier in Dubai im Jahr 2023 noch das ein oder andere Schnäppchen im Automobilbereich machen kann. Deswegen euch schon mal ganz viel Spaß mit dem Video. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Let's go! Wir steigen aus auf einem der größten Automärkte in Dubai für gebrauchte Fahrzeuge. Ich setze erstmal die 20 Euro Sonnenbrille aus dem Hotel auf, weil ich mal wieder meine natürlich vergessen habe. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal ein bisschen an, was hier so rumsteht an Autos. Der erste Stand sieht schon mal vielversprechend aus hier. V12 Maybach. Gibt's den überhaupt als V12, ist die Frage, Freunde. Hier sehen wir schon mal das erste Indiz dafür, dass wir hier einen schönen Umbau haben. Wir haben gerade gekommen, ich möchte nur einen Blick auf den Weg nehmen. Von Deutschland. Was ist dein Name? Hermann. Heiken, hi. Schön, dass du dich auch hierher kennst. Schön, dass du dich auch hierher kennst. Sind diese Fahrzeuge von hier? Von Amerika. Können wir uns auf den Weg nehmen? Freunde, das fängt ja schon mal super spannend an hier. Ich sag's euch ganz ehrlich. Das fühlt sich gut gemacht an. Aber ein Brabus ist das nicht. Ja, das ist alles schon wieder ein bisschen merkwürdig hier, Freunde. Ich habe ja die dunkelrote Lederausstattung in meiner Esskasse zu Hause. Und mein Bauchgefühl sagt mir jetzt hier schon wieder, dass das auch wieder nicht original ist, weil der Farbton einfach ein bisschen zu hell ist. Zudem haben wir hier die Premium, also die Designio-Sitze vom 500er, aber eben keine AMG-Sitze. Und hier ist diese AMG-Batch drin, aber die Sitze sind gar keine AMG-Sitze. Ich blende euch mal eben über, wie die richtigen AMG-Sitze aussehen. Also das ist hier so ein, ja, von der Form her ein Designio-Sitz vom 500er, aber halt mit diesem AMG-Ding. Und vom Farbton halt auch nicht ganz wie original. Also irgendwie sind die ersten Karren hier alle schon mal umgebastelt. Erst dieser Fake-Malbach, dann der Fake-Brabus. Und jetzt hier der 500er, der hat auch ein, äh, ich bin der Meinung, oh, ich bin nicht so hundertprozentig drin im Thema, Freunde, aber ich bin der Meinung, das ist auch der Grill von einem 65 AMG. Also, ganz wilde Nummer hier. Aber der Kollege sagt ja auch, das sind irgendwie alles Amerika-Importe. Und, äh, wir wissen ja vom Zalo, ne, dass das alles irgendwelche gebitschten Buden sind oder Waren. Aber trotzdem ein cooler Speck eigentlich. Also, AMG-Paket, weiß, rot. Auch wenn es nicht original ist, gefällt mir schon. Da frage ich den Kollegen gleich mal nach einem Preis und dann mache ich auch für euch hier eine Rechnung, was die Bude quasi kostet, wenn sie in Deutschland steht. Achso, was mir auch noch aufgefallen ist, ist natürlich hier ein komplettes Facelift-Paket mit Facelift-Scheinwerfern, Stoßstange und so weiter. Aber ein Vormopf-Lenkrad drin, nicht-AMG, mit AMG-Sitzen, die halt auch keine AMG-Sitzen sind. Es wird aber noch wilder hier, Freunde. Brabus 800, ah ja. So, Ahmad, tell me about the white one. What year is it? 16. Ja. So, es ist still pre-Mob, also kein Facelift, aber es ist Facelift-Aftermarket, richtig? Ja, ja, ja. Okay, sind diese originalen Parten, die Bumpers und Headlights und alles? Ja, ja. Okay. Und dieses Auto hat zwei Jahre Waren. Zwei Jahre Waren. Ja. Okay. Die Fase für das Auto ist 20-20. Warum ist die Fase für 2016 nicht das gleiche? Ja. Ich habe es verändert, aber es verändert die Original. Ja, Original Mercedes-Benz. Ja. Ja, die Koppi-One, nicht Original 100%-Benz, aber die Koppi-99%-Benz. Ja. Und das Seat in der Bumperschein, die in der Bumperschein, wurde in der Bumperschein. Ja. Es war re-Colored, richtig? Ja. Ich habe es in meinem Garage. Deine Garage. Ja. Es ist Original. Ich kann Ihnen die Warenter auf dem Bumperschein. Ja. Und diese Seat. Aber diese sind nicht AMG Seats, richtig? Ja. Okay. Das Seat von Bad. Ja. Ich habe es gemerkt, dass es etwas anders ist von der originalen Farbe, aber es ist sehr gut gemacht. Ich habe es nicht kopiert, aber ich habe es 100% der gleichen Farbe. Ich habe es hier gemacht. Du hast auch diesen Farbe gemacht? Ja. Oh, das ist gut. Das ist S520. Ja. Ich habe es sehr gut gemacht. Ja. Die Kosten für die Inhalte sind nur 20.000 Euro. 20.000 Euro. Ja, nur für die Inhalte. Okay. Aber zum Beispiel, wenn jemand das Auto gebracht hat, möchtest du das Auto wie das? Wenn du das inhalte möchtest, würde ich das inhalte. Okay. Wie viel? 20.000 Euro für das Auto? 20.000 Euro für das Auto. Wie viel? 20.000 Euro. Ja. Okay. Ja, das ist cool. Ja. Was ist das? Ja. 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 Hast du Fahrzeuge für die Fahrzeuge? Ja. Ja. Aber sie waren schmerzhaft, oder? Ja. 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 Der weiße S500 Baujahr 2016 mit 160, nein, 100.000 oder doch 60.000 Kilometern und Facelift-Umbau, 99% Original, soll 165.000 Dirham kosten. Umgerechnet sind das ca. 42.000 Euro. Transport und Hafenabwicklung liegen aktuell bei ca. 3.000 Euro. Zoll bei 10% auf Einkaufspreis und Verschein vor Umsatzsteuer bei 19%. Mit deutschen Scheinwerfern und Navigation käme so ein Wagen in Deutschland also auf weit über 60.000 Euro. Ein denkbar schlechter Deal. Kleine Werbung hier nochmal zwischendurch aus dem Hotelzimmer, Freunde. Und zwar habe ich gerade die Inventurliste bekommen von Pia aus Hamburg und habe die zu viel gelieferten Black Friday Produkte jetzt nochmal in den Shop eingepflegt. Das heißt, wir haben nochmal 15 zusätzliche Produkte, die sofort lieferbar sind bei Value. Ihr wisst Bescheid, absolut hochwertigste Basic-Streetway-Klamotten. Zum Schnäppchenpreis auf jeden Fall mal über den ersten Link in der Videobeschreibung vorbeischauen. Und nicht vergessen, wir veranstalten aktuell noch unser Gewinnspiel. Wenn du also da draußen auch auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Auto bist, verlosen unter allen Bestellungen, die bis heute Abend eingehen, einen W211 E320. Komplettumbau von MKB, den habe ich selber vor ein, zwei Jahren aus Japan importiert. Das Auto ist komplett durchgeschraubt, hat anderthalb Jahre TÜV. Es wurden nur unter 100 Stück gebaut, in schwarz, dreiteilige Felgen, roter Innenraum. Und halt auch ein Auto, muss man dazu sagen, was man sich leisten kann mit Unterhalt. Das ist halt nur ein V6 und hat nicht so die ganzen anfälligen Fahrwerke, Elektronik, Sachen wie eine S-Klasse oder ein CL. 10% oben drauf gibt es mit dem Code MKBW211. Wie gesagt, die Sachen sind sofort lieferbar, in zwei Wochen spätestens sind die bei euch. Und ihr habt eine Chance, dieses wunderschöne Auto zu gewinnen. Ausgelost wird das Ganze live auf Instagram. Die Übergabe wird dann hier auf YouTube veröffentlicht, wie immer. Vielen Dank für euren Support und jetzt weiter viel Spaß mit dem Video. Also der Platz ist hier ungefähr so groß wie fünf Fußballfelder. Ich zoome mal rein, aber wahrscheinlich werdet ihr nicht viel sehen. Das geht so ungefähr ein Kilometer die Straße lang. Und dann ist hier quasi Autohändler an Autohändler. Jeder hat hier so seinen kleinen Platz. Die Autos stehen fast alle draußen unter so Zelten und die Jungs sitzen dann eben auf ihren Campingstühlen auf dem Platz, rauchen eine Shisha und verkaufen ihre Autos. Das ist schon sehr geil hier. Das ist ja schon, sage ich mal, diese orangenen Interieure. Die fallen mir richtig gut. Das ist auf jeden Fall auch wieder irgendeine umgebastelte Kiste. Sehen wir hier schon an den 100 Jahre alten Seitenblinkern. Also wahrscheinlich irgendein alter 500er oder 55er, der umgebaut wurde auf 63er Optik. Und halt innen drin dieser Brabus-Kram, ne? Hallo, wie geht's dir? Ich bin gut, danke. Ja, ihr seht schon, das ist ein G63 Seat, nicht wahr? Nein, das ist ein G50. Ja, aber die Seat sind neuer. Ja. Ja. G55 AMG Kompressor. G63 Optik außen. Weiß mit orangenem Leder, schon ne geile Sache. Aber halt 300.000 gerudert, weiß ich nicht, Freunde, weiß ich nicht. Das Geile ist halt, die Dinger haben echt keinen Rost, ne? Hier sehen wir schon, wurde irgendwas rein- oder rausgeschweißt an der Auspuffanlage. Wahrscheinlich eher raus. Aber so rostmäßig sieht er echt super aus, ne? Also, das ist krass. Ein G55 AMG Kompressor mit wenig Rost für 95.000 Dirham? Klingt erstmal nach einem Schnäppchen. Aber mit 300.000 Kilometern in der arabischen Wüste sind die Folgekosten schwer absehbar. Ein Deal für Zocker. Also, ich war ja vor zwei Jahren schon mal hier, Freunde. Und im Vergleich dazu, muss ich sagen, sind hier extrem viele, ja, japanische Fabrikate, auch US-Cars, aber sehr wenig Mercedes-Dinger im Vergleich. Also, vor zwei Jahren, wie gesagt, gefühlt deutlich mehr Händler, die sich irgendwie spezialisiert hatten auf Japan-Importe, US-Importe von Mercedes-Fahrzeugen. Aber, jetzt werde ich hier mehr als entlohnt. Mehr als entlohnt, Freunde. Eine Sammlung von D-Klassen hier. Alles natürlich Brabus-Fahrzeuge. Brabus 800. Man sieht schon am Carbon, dass es sich hier auf jeden Fall nicht um ein originales Fahrzeug handelt. G63. Hier haben wir den ersten, echten G63. Das habe ich am Interieur gesehen. Das hier ist ja von der Optik her ein neuer, aber ich bin auch fast sicher, dass das eine umgebaute, alte G-Klasse ist. Also, die machen das mittlerweile auch so, dass die von dieser alten Optik hier auf diese Optik umbauen können. Die neuen haben ja so ein ganz durchgängiges Digitalkockpit. Das hat er nicht. Der hat aber auch umgebaut auf das neuere Lenkrad. Also, das ist hier eine ganz wilde Nummer. Na, der hat dieses ganz neue AMG-Lenkrad drin. Diesen ganzen Brabus-Interieur-Kram. Außenpaket auf 2020er Optik, aber halt eigentlich, ja, wahrscheinlich irgendwie 2015er, 16er, 17er Modell. Das scheint der Kollege hier irgendwie sich rausgesucht zu haben als Nischenmarkt. Hier ist sogar irgendeine höher gelegte Karre, Brabus 700 Biturbo. Also, die ziehen das Konzept auf jeden Fall durch hier. Sieht auch gar nicht so scheiße aus, muss ich sagen. Also, sieht nicht schlecht gemacht aus. Hier sehen wir zum Beispiel natürlich, oieieiei, an der Bremse allein schon, dass es hier irgendwie maximal ein alter 500er ist. Die Autos sind auch alle offen hier. Ich muss aber echt sagen, der eine hat ja schon vorhin gesagt, was sowas hier kostet ungefähr. Dafür ist es wirklich nicht verkehrt gemacht. V8. Also, das ist ein 500er hier. Cockpit. Ne, warte mal. Das sieht irgendwie komisch aus hier gerade, weil das Lenkrad ist auf jeden Fall so 2006 bis 2011 oder so. Oder 2007 bis 2011 wurden die gebaut, aber das Tacho, das Tacho kommt mir gerade ganz komisch vor. Also, abgesehen davon, dass du natürlich hier mit so einem Kram niemals durch den deutschen TÜV kommst, auf legalem Wege, schreib mal bitte in die Kommentare, was das hier für ein Tacho ist, weil das ist auf jeden Fall kein Tacho vom 2007er bis 2011er G-Modell. Das ist irgendwas ganz komisches. Himmel haben sie auch auf Mikrofaser gemacht. Aber das sieht halt alles auch hier, schaut euch das mal an. Das ist halt alles irgendwie so ein bisschen billig lackiert. Das ist irgendwie ganz wild, weil die alle so kleine Bremsen haben. Also, das sind halt nicht mal G55 oder so, sondern das sind irgendwelche 500er, wo man halt auch sieht, dass sie technisch einfach drauf geschissen haben und einfach hier irgendein Rabus-Kram reingeklatscht haben. Und das ist sogar noch ein ganz altes Modell hier, also maximal 2005 mit dem Lenkrad. Hier haben wir jetzt zwei G55 Kompressor, die nicht mit diesem Quatsch aufgewertet wurden. Das hier ist eine G63 Optik, also von der Stoßstange, Grill, Scheinwerfer und die Felgen. Und das hier sind halt die alten G55 Felgen, G63 Stoßstange und irgendwelche China-Scheinwerfer und Kühlergrill. Der sieht aber auch von innen original aus, also 2007 bis 2011, Designio Interieur in weiß auf einem blauen Lack. Kommt eigentlich ganz cool, aber der ist halt, wobei das ist Steinschlagfolie hier, die sie vorne drauf gezogen haben, aber der Lack hat auf jeden Fall auch schon bessere Tage gesehen. Ah Leute, so sieht ein 2011er Auto in Deutschland auf jeden Fall nicht aus, das kann ich euch sagen, aber hier seht ihr das, hier was ich meine, das ist der Tacho, der im 2007er bis 11er Modell drin ist und nochmal hier der andere, den die in den ganzen anderen Karren nachträglich reingebastelt hatten. Sind diese original AMG-Wheels und Bumpers und alles oder ist das Aftermarket? Das ist ein Buttercats? Ja. Das ist original. Nein, nein, diese Bumpers und die Rheer. Das ist China. Ja, aber das ist Mercedes-Benz oder China? Nein, Mercedes-Benz. Ich finde die Dinger auch super cool, die sieht man in Deutschland halt gar nicht. Die sehen auch so aus, als wären sie halt irgendwie 30 Jahre alt, aber ich glaube, die wurden auch bis vor gar nicht so langer Zeit noch so gebaut. Der erste Fund von einem älteren Mercedes hier, 93er, mein Baujahr, aber leider nur ein V6. Das ist allerdings mit 42.000 gelaufen erst. Der sieht doch ganz schick aus, aber ich bin der Meinung, aufgrund dieses Aufklebers hier, den ich auch schon auf dem einen oder anderen Japan-Import von mir hatte und den anderen Karren, die hier so rumstehen, das könnte auch ein Japan-Händler sein. Wer kennt den nicht, Freunde? W222 S55, ein roter Ghost mit rotem Leder. Das ist jetzt der erste hier, der erste Brabus, der mir legit aussieht. Das ist original Brabus, oder? Nein. Bodykit? Nein, Bodykit. Bodykit, aber Bodykit original. Hier haben wir auch wieder einen ganz wilden Stand. Das ist ein garantiert echter Brabus SL 63. Die haben die nur umgebaut auf die Bremse vom 500er, damit sie Verschleißkosten sparen. Ich glaube, das ist mein Lieblingsauto hier vom ganzen Hof. Keine Ahnung. Kein Ferrari. Hallo. Hallo, Sir. Da ist aber ein Ferrari-Motor drin. Was ist das denn? Ein Ferrari-Motor drin. Das Heck sieht auch relativ original nach F430 aus. Von den Rückleuchten her zumindest. Aber was ist das für ein... Digga, was haben die da gebaut? Hat auch große Bremsen dran. Seien, dass es ein originaler F430 ist, aber halt maximal widerlich umgebaut auf irgendeine neuere Optik. Das ist ja komplett krass. Ja, ich glaube, das ist ein F430, du. Aber auch das Verdeck. Also, Junge.